Herzlich Willkommen zu diesem Ankündigungsvideo! Hallo! Hallo! Äh, ja, wir oben lest Pokémon Herzgehalt together. Genau! Genau! Äh, ja, Regeln haben wir auch festgelegt. So ein paar. Einmal im Bild. Äh, ja, erste Regel. Die Parts sollten so ungefähr 15 Minuten gehen, also wenn man ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter ist. Ist das nicht so schlimm? Richtig. Die zweite Regel. Pass des anderen erst anschauen, wenn ein eigener Part hochgeladen ist. Nein! Und nicht schummeln! Nein! Doch, wirklich! Nein! Hör auf! Ohne Scheiß! Oha! Ja. Ja, jeder Spieler von uns hat drei Slots, da wir nur zu zweit sind. Richtig. Regel vier. Es darf auskühlen trainiert werden. Oha! Krass. Heftig. Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Also da wir ja schon die ersten Parts aufgenommen haben, ich behaupte, Alorus darf schon mal auf Screen trainieren. Richtig, wahrscheinlich. Mal gucken. Richtig. Ja, und zumindestens on screen, keine Turbo-Taste benutzen, aber das erklärt sich, glaube ich, von allein. Japs, genau. Und wie gesagt, die ersten Parts sind schon aufgenommen, das heißt... Es geht bald los. Es geht bald los, richtig. Also, bis die Tage. Bis die Tage. Und auf eine frohe Zuschauerschaft. Richtig. Sagt man das überhaupt so? Passt schon. Na egal. Bis dann. Bis dann. Bis dann.